Hi, wir haben wieder mal das Vergnügen, euch neue Hardware zu präsentieren. Heute in Form von einem Media Player und zwar ist es der UHD 5000 von Sido. Den Vorgänger, den UHD 3000, hatten wir euch ja bereits in einem Video vorgestellt. Nun schauen wir uns mal an, was sich so die letzten zwei Jahre geändert hat und wo die Unterschiede liegen. Sicherlich auch interessant für Besitzer des 3000er, die wissen wollen, ob sich ein Umstieg überhaupt lohnt. Der Trend geht ja immer noch dazu, dass Streaming die physikalischen Medien ablöst und zum Großteil schon verdrängt hat. Selbst große Filmstudios wie Sony haben bereits zum Ende Juni 2023 den Vertrieb im deutschsprachigen Raum eingestellt und an Play-On-Pictures abgegeben. Ich tue euch mal den Link dazu von 4K-Filmen in die Videobeschreibung rein. Klar, also die Vorteile liegen beim Streaming auf der Hand. Einfache Bedienung, schneller Abruf von Content und eine große Auswahl locken die Zuschauer aufs heimische Sofa oder in ihr Heimkino. Jetzt gibt es noch die Enthusiasten und Heimkino-Freaks, die eine Menge Geld für ihre UHD-Sammlung ausgeben, um das Maximale an Qualität rauszukitzeln. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, denn man gibt zum Teil tausende Euros aus, um das beste audiovisuelle Erlebnis zu erhalten und dann spart man an der Zuspielung. In der Tontechnik sagt man nicht umsonst, die Anlage ist keine Kläranlage. Das, was reinkommt, kommt auch raus. Über Umwege, auf die ich hier nicht näher eingehen will, besteht die Option, diese gekauften Blu-rays zu digitalisieren und abzuspeichern. Genau für diejenigen ist der SIDO gemacht. Er nimmt die Daten entweder lokal über zwei versteckte Festplatten-Einschübe entgegen oder über das Netzwerk vom heimischen Server. Aus was besteht der Lieferumfang? Der UHD 5000 erreicht er uns zusätzlich neben dem Karton mit einem Umverpacken unbeschädigt per DHL. Bei den Lieferdiensten geht es hier manchmal etwas ruppiger zu, aber der SIDO ist im Original-Karton schon so solide eingepackt, dass da normalerweise nichts passiert. Aber den Player umgibt eine dicke Schicht aus geschäumtem Styropor, so dass diese bei einem Sturz wohl Schlimmeres verhindern wird. Wie auch der Vorgänger bewegt sich der UHD 5000 im Bereich um 5,6 Kilo, mit Verpackung und Zubehör sogar bei 7,2 Kilo. Die Spaltmaße, Anschlüsse, Übergänge und Einsenkungen der Schrauben sind wieder und wie schon gewohnt hervorragend und auf Referenzniveau. Das Design ist mit seinem mittig platzierten Display und dem gebürsteten Alu zeitlos, gefällig und passt sicherlich gut ins Hi-Fi-Rack. Alle metallischen Anschlüsse sind goldbeschichtet, um den Premium-Touch weiter zu unterstreichen. Diesmal ist sogar der Infraroteingang vergoldet. Gold soll nicht wie allgemein angenommen wird die Leitfähigkeit verbessern, nein, Gold ist sogar ein etwas schlechterer Leiter als Kupfer, sondern es soll die mechanische Widerstandsfähigkeit der Buchsen verbessern, so dass bei häufigen Ein- und Ausstecken sich nicht die Beschichtung löst. Hinter der Frontblende findet ihr neben den zwei Festplatten-Einschüben auch noch zwei USB 2.0-Anschlüsse, auf der Rückseite zusätzlich eine USB 2.0- und eine USB 3.0-Buchse. Da hat man wohl ein bisschen gespart, denn der Vorgänger hatte noch zwei USB 3.0-Anschlüsse. Vielleicht dachte man sich, dass diese nicht so häufig für eine schnelle Übertragung benötigt werden. Ja, wer weiß. Über die Unterschiede zwischen den 3000er und den 5000er gehen wir am Schluss genauer ein. Eine Infrarot-Fernbedienung ist selbstverständlich auch wieder dabei, welche sich zusätzlich noch per Bluetooth verbinden lässt und euch die Möglichkeit erlaubt, dann auch durch eine Wand zu kommen. Sehr hilfreich bei Installationen, in denen die Technik in einem separaten Technikraum steht. Die Fernbedienung hat sich geändert und wird intern V8 und die neue V12 genannt. Sie ist hintergrundbeleuchtet und liegt sehr gut in der Hand. Hier erkennt man leichte Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger, welche ebenfalls spitze war. Allerdings, der ball der Materialanmutung und dem Gewicht scheinen die Chinesen wohl etwas den Rotstift angesetzt zu haben. Da würde ich mir in der Preisklasse doch einen hochwertigeren Materialmix wünschen. Leider setze ich die Fernbedienung auch gar nicht ein, sondern steuere aktuell immer noch mit einer Harmony Elite, bis die Unfaulted Circle Remote 2 offiziell erhältlich sein wird. Darauf freue ich mich ganz besonders, da ich hier auch die Smart Home-Funktion vollständig auf der Fernbedienung abbilden kann. Die Bedienung der SIDU V12 ist ebenfalls oder jedenfalls mega fluffig durch die Bluetooth-Verbindung und ohne merkliche Verzögerung steuerbar. Es besteht die Möglichkeit, Shortcuts auf die Fernbedienung zu legen, welche dann zum Beispiel ein hinterlegtes Menüfeld ansteuert, wie die Movie-Section oder die Musikabteilung. In meinem Fall hinterlege ich mit der blauen Taste die Screenshot-Funktion des SIDUs, um euch Bilder direkt aus dem Player zu übermitteln. Erstmalig reagiert die Remote-Lösung auf Bewegung, bedeutet, ihr nehmt sie in die Hand und die Hintergrundbeleuchtung wird aktiviert. Das ist sehr praktisch gerade in dunklen Räumen oder eben abends. Eine Air-Maus-Funktion wurde ebenfalls integriert, um die Fernbedienung noch intuitiver zu gestalten. Apropos Bluetooth. Durch den moderneren Prozessor wurde die Version jetzt auf Bluetooth 5.2 angehoben. Bluetooth 5.2 besitzt eine Übertragungsreichweite von bis zu 200 Metern im Freifeld und bis zu 40 Metern in geschlossenen Räumen. Hier wird eine spürbare Verbesserung auftreten, wenn vorher kritische Abdeckungen erzielt worden sind. Also, wenn bei euch im Kinoraum die Verbindung ab und zu hakte, wird es jetzt so sein, dass sie stabil laufen wird. Nicht nur mit der Fernbedienung kann der Player gesteuert werden, sondern auch über das Smartphone oder über das Tablet. Dazu steht für iOS und Android die See-Do-Controller-App zur Verfügung, die leider seit einiger Zeit auf Android ein Problem aufweist. Wird ein Titel abgespielt, erscheint normalerweise ein blauer Play-Button. Dies könnt ihr auch nochmal im Video vom UHD 3000 anschauen, dort ist er nämlich zu sehen. Tippt man diesen nun an, kommt man ins Abspielmenü, um zum Beispiel per Zeitleiste im Film hin und her zu springen. Dies funktioniert bei iOS-Geräten auch, allerdings seit einiger Zeit, bei mir zumindest, per Android nicht mehr. Getestet habe ich dies mit zwei Smartphones und einem Android-Tablet. Bei keinem der drei Geräte steht die Funktion aktuell bereit. Ich habe dies bereits zweimal an den See-Do-Support weitergeleitet und es sei laut See-Do jetzt auch in der Entwicklungsabteilung angekommen. Was auch ein wenig schade ist, sind die Übersetzungen, die nicht konsequent durchgezogen worden sind. Das heißt, zum einen findet ihr die deutsche Menüführung und dann gibt es wieder ein paar Punkte, die sind auf Englisch. Das gleiche gilt bei der Medienwiedergabe. Hier tauchen am oberen Bildschirmrand sogar chinesische Zeichen auf. Was ich grundsätzlich bei asiatischen Produkten auch kritisier, ist die Update-Politik. Man bringt lieber ein bis zwei Jahre oder alle ein bis zwei Jahre neues Gerät auf den Markt und vernachlässigt dann das Vorgängerprodukt. Und das, obwohl vielleicht noch gar nicht alle Mängel behoben worden sind. Das finde ich jetzt nicht gerade kundenfreundlich, wobei man bei See-Do fairerweise sagen muss, dass es mittlerweile recht viele Produkte gibt und immer mal wieder Updates auch für ältere Geräte auftauchen. Das Betriebssystem und die Apps See-Do integriert bei allen seinen Playern einen Einrichtungsassistenten, der euch auch bei der ersten Installation logisch durchs Menü führt und euch bei den Einstellungen hilft. Ihr braucht keine Vorkenntnisse oder müsst gar irgendwelche besonderen oder besonderes Hintergrundwissen mitbringen. Ja, das lobe ich sehr und so stelle ich mir das auch bei allen technischen Geräten vor. Wird hier mittlerweile auch immer mehr so gemacht, um, ich sage jetzt mal, die Support-Hotline zu entlasten. Durch die Umstellung vom Realtek 1619DR zum Realtek 1619BPD wird erstmalig Android 11 ausgespielt mit einer angepassten Oberfläche, welche den Namen See-Do Media Center trägt. Dies beinhaltet out of the box einen File Manager, die Poster Wall für Filme und Serien, ein Music Player, ein App Center zum Nachinstallieren von Android-APK-Paketen und die Einstellung des Players. Hier kommt ihr auch zu den Einstellungen des Betriebssystems. Die Oberfläche mit dem Namen Poster Wall bietet euch viele nette Gimmicks, um die Optik nach euren Wünschen anzupassen. Ich zeige euch das anhand meines Beispiels. Für Fragen und auch Files für See-Do oder über den See-Do kann ich euch wärmstens das größte Forum im deutschsprachigen Raum www.android-mediaplayer.de empfehlen. Die Community ist hilfsbereit und umfangreich. Von hier habe ich dann auch die Dateien für die Icons und den Hintergrund. Ich verlinke euch das auch mal in der Videobeschreibung. Weitere Individualisierungsmöglichkeiten sind das Anpassen der Cover, welcher sich der UHD 5000 von TVDB oder TMDB holt. Ihr könnt natürlich auch die .nfo-Datei anpassen. Ich verwende hierzu das Programm Tiny Media Manager. Dieses kostet pro Jahr gerade mal 10 Euro und ihr könnt bestimmen, welche Cover- und Filmbeschreibung euch angezeigt werden sollen. Auch Trailer könnt ihr runterladen und in dem Ordner hinterlegen, sodass der Sido die Trailer lokal aus eurem Netzwerk oder eurer Festplatte abspielt. Das hat den Vorteil, dass die Trailer immer gleich bleiben und auch abspielbar sind, wenn euer Internetanschluss vielleicht mal streiken sollte. Vom Tiny Media Manager gibt es übrigens auch eine kostenlose Version. Hier könnt ihr allerdings keine Trailer runterladen. Da spreche ich auch direkt einen großen Pluspunkt an. Wir hatten anfangs eine IPv6-Adresse, welche gestackt über einen TS-Light-Tunnel lief. Bedeutet, ihr teilt euch einen Anschluss mit weiteren Nutzern, was während Corona natürlich auch intensiv genutzt wurde. Dadurch war die Internetleitung zum Teil so überlastet, dass es nicht mehr viel ging. Da ist man doch echt froh, wenn die Möglichkeit besteht, seine Filmsammlung per DIST oder übers Netzwerk abzuspielen. Der Sido basiert zwar auf Android 11, hat aber werksseitig keine Root-Rechte. Durch diese Einschränkung ist es nicht möglich, ein Benutzerkonto anzulegen. Apps können jedoch per APK-Files installiert werden. Dazu gibt man die IP-Adresse des Players im Browser mit dem Port 18888 ein. Wer auf die Garantie verzichten möchte, kann das Gerät aber auch routen, um den vollen Funktionsumfang freizugeben. Da kann ich euch jetzt auch nicht so weiterhelfen, weil das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Mir war doch die Garantie sicherlich wichtiger. Vorinstalliert sind unter anderem Apps wie Clear Manager, CD-Ripper und ein Updater. Für Leute, die nicht die hauseigene Oberfläche benutzen wollen, steht auch eine angepasste Kodi-Version, und zwar ist das ZDMC, zur Verfügung. Diese ist mit dem internen Player des ZDU ausgestattet. Auch besteht die Möglichkeit einer Nachinstallation für Plex über APK oder, was ich gerne empfehle, Jelefin. Streaminganbieter sind jetzt keine mit an Bord. Das mag für einige jetzt ein großer Einschnitt sein. Zur Not geht es aber dann auch über Umwege, Netflix und Co. mit Wyandine L1 nachzuinstallieren. Das allerdings nicht in hoher Auflösung. Für Streaming benötigt ihr also doch noch ein weiteres Gerät, wie ein Amazon Fire TV Stick, eine Nvidia Shield oder ein Apple TV. Der Dateiexplorer nimmt eure persönlichen Daten per SMB, NFS, DLNA oder Miracast und Airplay entgegen. Im Endeffekt sind das alles gängige Formate, die auch ein Android-Device versteht. Die Abspielvielfalt finde ich beim ZDU allerdings echt genial, denn es gibt eigentlich kaum was, was er nicht direkt abspielt. Dateien mit dem ISO-Format werden direkt abgespielt, meist sogar mit Menü. Nur bei Java-basierten Blu-Ray-Menüs kann es zu Problemen kommen. Beim Abspielen von allen möglichen Test-Files kam es zu keiner Zeit zu irgendwelchen Problemen wie Rucklern oder falscher Farbdarstellung durch falsche Farbinterpretation oder Informationen. Gut, sollte man jetzt auch erwarten können von den Playern der Preisklasse, aber ich möchte es nochmal gesagt haben. Die gängigen Container und Formate liefen alle sauber, wie sie auf der ZDU-Homepage auch beworben worden sind. Der häufigste Abspielmodus dürfte hierbei UHD-BT2020 mit 10 Bit, YUV 420 bei 23,97 Hertz sein. Alles wurde bitgenau ausgegeben und zuverlässig erkannt. Als Highlight kommt der 2023 vorgestellte Realtek 1619 BPD Quad-Core zum Einsatz, welcher im Grundtakt 1,1 GHz liefert und im Turbomodus 1,7 GHz. Für CinemaScope-Besitzer bietet der UHD 5000 die Möglichkeit an, das Menü passend darzustellen, ohne dass Anteile vom Bild weggeschnitten werden. Die Untertitelfunktion ist auch toll gelöst, da diese verschoben werden kann, um die Schrift auf der Leimand zu haben und nicht unter der Leimand, also in den schwarzen Balken, wie man es ja bei CinemaScope häufig gewohnt ist. Eine Anpassung bzw. die Skalierung der Bildgröße ist ebenfalls mit an Bord. Auf der musikalischen Seite unterstützt der SIDU MP3, WMA und auch unkomprimierte Files wie Wave und Flag und SACD. Bisher ging das nur zweikanalig im SACD-Modus. Mal sehen, ob es jetzt läuft, wir werden mal berichten. Ich habe es noch nicht getestet. Die Dateien wurden alle richtig wiedergegeben und die Abtastrate hat gestimmt. Da gibt es ja bei dem einen oder anderen Player ja ab und zu mal Probleme. Da die Internen ja nochmal auf eine andere Abtastrate zum Teil umwandeln. Das ist hier nicht der Fall. Es gab auch keine Verzerrung, Dropouts oder sonstige Überraschungen. Wie gesagt, klar, sollte man auch erwarten können beim Player dieser Preisklasse. Der USB-Anschluss kann jetzt auch als Eingang genutzt werden, um externe DAX anzuschließen. Als Chipsatz im Player wurde wie beim Vorgänger der ESS Sabre 9068 verbaut. Hier gibt es eigentlich keinen Bedarf, sich nach etwas anderem umzuschauen. Der 9068 zählt mit zu dem Besten, was man im Markt kaufen kann. Der UHD 5000 unterstützt jetzt auch das Dekodieren via AV1-Codec. Ja, was ist der AV1 und wo liegen die Unterschiede oder Vorteile gegenüber der bisherigen Technik? Dazu muss man jetzt ein bisschen ausholen, um die Hintergründe zu verstehen. AV1 ist eine Weiterentwicklung von Googles VP9-Verfahren und konkurriert mit dem High-Efficiency-Video-Codec-Standard, uns auch bekannt als H.265, dem Nachfolger von H.264. Dies ist eine gemeinsame Entwicklung von der ITUT und der Moving Picture Experts Group. Der Vorteil soll hier in der Theorie um eine bis zu 25% reduzierte Datenmenge gegenüber VP9 und High-EVC sein. Tests von Netflix und anderen unabhängigen Instituten unterstreichen diese Aussage und Messungen, ergaben sogar Kompressionsraten, die 30% über dem des Konkurrentsverfahrens liegen. AV1 arbeitet intern mit einer höheren Genauigkeit, da hier entweder mit 10-Bit oder sogar mit 12-Bit abgetastet wird. Der Nachteil dabei ist allerdings, dass Encoding rechenaufwendiger ist und eine höhere Leistung benötigt wird. Allerdings wurde im Januar 2022 ein neuer Encoder mit dem Namen SVT-AV1 veröffentlicht, der diesen Nachteil optimieren soll. Tests haben gezeigt, dass man mittlerweile von einer Performance, die des H.265 angekommen ist und diese zum Teil übertrifft. AV1 kommt immer häufiger, vor allem bei Browser zum Einsatz, aber auch bei Streaming-Anbietern und die setzen ihn sogar mittlerweile schon ein. Auch immer mehr Hardware-Hersteller springen auf den Zug auf, sodass Nvidias 3000er-Serie AV1 per Hardware dekodieren kann und ab der 4000er-Serie wird auch die Unterstützung fürs Encoding freigeschalten. Real-Tech war einer der frühen Hersteller, der die hardwareseitige Unterstützung implementiert hat. Somit auch der verbaute SIDU-Chipsatz Real-Tech 1619-BPT. Die Unterschiede zwischen dem UHD 3000 und dem UHD 5000. Auf einen Blick sieht das Ganze so aus. Ihr habt den neuen Real-Tech-Chipsatz, wie gesagt der 1619-BP-D, Quad-Core statt Real-Tech 1619-DR-Hexa-Core. Das heißt, hier wurde auf zwei Kerne verzichtet, gleich dazu mehr. Ihr habt intern 64 GB eMMC-Speicher statt 32 GB. Ihr habt jetzt die Mali G57 statt der Mali G61 GPU. Und WLAN ist jetzt 802.11ax, also Wi-Fi 6, statt wie vorher Wi-Fi 5. Bluetooth ist jetzt in der Version 5.2, statt in Version 4.2 erhältlich. Und HDMI-Schnittstelle wurde auf 2.1 geupdatet, wobei das keinen wirklichen Vorteil bringt in der Praxis. Ihr habt drei USB 2.0-Anschlüsse und einen USB 3.0-Anschluss, statt wie vorher zwei USB 2.0 und zwei USB 3.0-Anschlüsse. Die Hintergründe dazu werden auch gleich noch besprochen. Der Real-Tech besitzt die Cortex-A55-Mikro-Architektur. Das Fertigungsverfahren ist wie beim 1619-DR bei 12 Nanometer. Und obwohl die Kerne von 6 auf 4 reduziert wurden, liefert der BPD einen um bis zu 30% höheren Leistungsboost. Die der Grundtakt jetzt bei 1,1 GHz statt 1,3 GHz liegt, aber erstmals ein Turbomodus hinzukam, der den Prozesse auf bis zu 1,7 GHz takten lässt. Im Antutu-Test erzielte der Vierkerner über 110.000 Punkte gegenüber 45.000 Punkten, was einer Differenz von 143% entspricht oder bedeutet. Unter Geekbench 4 liefert der BPD 24% mehr Leistung im Single-Core-Betrieb. Im Multi-Core sind hier beide auf Augenhöhe. Unter Geekbench 5 sieht es dann leicht anders aus. Hier liegt der neue Prozessor ungefähr 30% im Single-Core vorne und im Multi-Core-Test 8%. Der interne Speicher wurde verdoppelt, was euch ermöglicht, mehr Apps und mehr Demomaterial abzuspeichern, ohne interne oder externe Speichermöglichkeiten abzugreifen. Die GPU ist nun eine G57 statt einer G51, wobei ich da keinen Benchmark vergleichen konnte, da ich die genaue Bezeichnung nicht kenne. Hier gibt es sehr viele unterschiedliche Revisionen und Modelle. Das herauszufinden, da hätte ich wahrscheinlich das Gerät aufschrauben müssen, was ich nicht machen wollte. Die direkten Nachfolger hatten aber Leistungszuwächse von fast 70%. Also wenn man die Revision miteinander vergleicht, Stufe 1, 2, 3 zum Beispiel, dann sind wir bei fast 70%. Wir haben jetzt Wi-Fi 6 an Bord. Mit doppelter Antennenleistung ist hier theoretisch eine Brutto-Übertragungsrate von 1200 Mbit möglich, welche beim Vorgänger bei 867 Mbit lag. Bluetooth wurde durch die CPU ebenfalls auf eine modernere Version geupdatet. Bluetooth 5.2 verspricht draußen eine Übertragung von bis zu 200 Meter und in Räumen unter Idealbedingungen natürlich bis zu 40 Meter. Da darf natürlich keine Wand dazwischen sein und nichts. Aber trotzdem, das ist viermal mehr als der bisherige 4.2 Standard aus dem UHD 3000. Damit könnt ihr euch jetzt auch sicher sein, dass die Bluetooth-Fernbedienung auch durch eine dicke Wand kommt. Das sehe ich schon als einen entscheidenden Vorteil an in der einen oder anderen Situation. Die HDMI-Schnittstelle wurde nach dem neuesten Standard 2.1 eingesetzt, verspricht euch hier aber keine Vorteile gegenüber der 2.0 A-Buchse des UHD 3000. Bei den USB-Buchsen wurde meiner Meinung nach schon etwas gespart. Hier gibt es nur noch drei USB 2 und einmal USB 3. Das finde ich persönlich jetzt zwar nicht wirklich schlimm, könnte aber für den einen oder anderen knapp werden. Obwohl der DAC ein ESS Sabre 9068 ist, hat sich das Rausch-Abstandsverhältnis gegenüber zum Vorgänger verschlechtert, trotz gleichem Chip. 121 dBA ist aber immer noch ein Spitzenwert und weit weg vom hörbaren. Allerdings wurde die Ausgangsspannung der XLR-Buchsen von 4 Volt auf 4,8 Volt erhöht. Beim Cinch-Ausgang beträgt sie die Hälfte. Zum Fazit. Mit dem UHD 5000 hat Cidu es mal wieder geschafft, einen Media Player auf den Markt zu bringen, welcher sich leicht zu bedienen lässt, aktuelle Features mitbringt, gut aussieht und zuverlässig arbeitet. Die Abspielmöglichkeiten sind vielfältig und die Bedienoberfläche ist immer noch mit das schönste, was ich ohne Custom-Funktion so kenne. Wir empfehlen den Player den Leuten, die einen professionellen Media Player suchen und sonst ihre Kette sehr hochwertig ist. Gerade in Kombination mit einem MadWear Envy könnt ihr das Maximale rausholen, da der Player bidgenau wiedergibt. Mit einem Preis von 1099 Euro ist der Player nicht gerade günstig, aber meiner Meinung nach sein Geld wert. Er liefert Features, die günstige Geräte nicht liefern, gerade wenn ihr die analoge Sektion benutzen wollt oder müsst. Parallel zum HDMI oder XLR-Ausgang könnt ihr auch die optische Schnittstelle benutzen, um zum Beispiel ein Debug-System damit anzusteuern. OHD 3000 Besitzer werden sich jetzt sicherlich auch fragen, ob sich für sie ein Update zum 5000er lohnt. Und hier würde ich ein recht klares Nein aussprechen, da der 3000er schon alle Funktionen eines sehr guten Players mitbringt und die Vorteile bei einer Neuanschaffung überschaubar sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben dalasst oder auch gar ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Euer Nils. Euer Nils. Duu